Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu einem Angespiel von Expeditions Roam, einem Rollenspiel, das am 20. Januar erscheinen wird. Das wird eine etwas ausführlichere, angespielte Reihe, so von schätzungsweise vier bis sechs Videos werden. Am Ende will ich auch in einem gesonderten Video nochmal meine ersten Eindrücke zusammenfassen. Expeditions ist inzwischen schon eine kleine Rollenspielreihe geworden. Es gibt schon zwei Vorgänger, Expeditions Conquistador und Expeditions Viking. Allerdings hängen die Spiele nicht miteinander zusammen. Letzteres, das Wikinger-Spiel, das habe ich auf diesem Kanal auch schon mal in einer Angespielt-Videoreihe vorgestellt. Und es hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Auf Steam hat es auch ziemlich gute Nutzerbewertung, über 80% positiv. Insofern bin ich sehr gespannt, ob dieses Spiel, Expeditions Roam, daran anknüpfen kann. Ein besonderes Interesse besteht natürlich für mich und meinen Kanal darin, dass es eigentlich die einzige klassische Rollenspielreihe, neben Kingdom Come Deliverance ist, das ja noch keine Reihe ist, aber hoffentlich eine wird, ja, dass es ein rein historisches Thema zum Hintergrund hat. Hier bei Expeditions Roam, ihr seht es natürlich, die Antike, beziehungsweise die römische Republik als Schauplatz gewählt hat. Bevor wir gleich loslegen, noch ein Hinweis, das Spiel wird auf Steam zum Release 45 Euro kosten. Bei meinem Keyshop-Partner könnt ihr das günstiger erwerben. Wie gewohnt gibt es auch einen Rabatt-Code für dieses Spiel. Wenn ihr eintippt beim Kauf dort Romstein, dann kriegt ihr 28% Rabatt. Ich glaube sonst nur 20%, bin mir nicht ganz sicher. Das Ganze gilt aber nur bis zum Release-Tag. Danach sind es immerhin noch 10% Rabatt. Und wenn ihr für euren Einkauf bei Gamesplanet, wo ihr im Übrigen auch einen Steam-Key erhaltet, den ihr bei Steam aktivieren könnt, also wenn ihr bei eurem Einkauf dort den Link nutzt in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar, dann unterstützt ihr mit eurem Einkauf mich, diesen Kanal und dieser Art Videos. Vielen Dank dafür und dann starten wir mal rein. Ein neues Spiel. Im Jahr des Lucius Licinius Lucullus führte Rom mehrere Kriege zur Selbstverteidigung. Allen voran in Griechenland, wo Lucullus selbst die Legionen befehligte. Mit den Blicken aller fest auf die Provinzen gerichtet, hätten nur wenige ahnen können, das ein scheinbar unglückliches Ereignis in Rom, der entscheidende Punkt werden würde, um den sich das Schicksal Roms drehte. Der Paterfamilia aus einer ehrwürdigen Patrizia-Familie war unerwartet verstorben. Und ein Senator namens Vitellius Cavola hatte ein Gebot für die Hand seiner ältesten Tochter abgegeben. Seine Witwe jedoch glaubte, dass Cavola ihren Mann vergiftet hatte und nun versuchte, seinen Platz einzunehmen und sich sein Vermögen durch Heirat anzueignen. In aller Heimlichkeit ließ die Witwe ihr jüngstes Kind im Schutze der Nacht aus der Villa schaffen und aus Rom hinausschmuggeln. Das ist die Hintergrundgeschichte, ganz ziemlich schnell erzählt. Dieses jüngste Kind sind wohl wir und wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben wir unsere Mutter und die Schwester, die diesen mutmaßlichen Täter, ja jetzt heiratet, die haben wir in Rom zurückgelassen. Vermutlich haben sie uns weggeschickt, um uns irgendwie zu schützen. Wir können im Übrigen sowohl Frau als auch Mann spielen, wenn man das möchte. Okay, ja, ich starte mal als Mann. Das ist die Charaktererschaffung, Name, Familienname, Spitzname. Können wir hier uns beliebig aussuchen, wobei wir bei den Familiennamen offensichtlich bei den historischen irgendwie bleiben müssen, interessanterweise. Würfeln wir uns mal einen interessanten Vornamen aus. Nehmen wir mal, ach, Publius ist doch immer gut. Ne, Publius ist doof. Ähm, Nonus, Quintus, Quintus, ah, Quintus ist schon nicht schlecht. Gennarius, Septimus. Octavius, nehmen wir Octavius. Octavius ist gut. Zu welcher Familie wollen wir gehören? Vielleicht nicht zu einer super Bekannten. Nehmen wir Octavius, Verginius. Und dann Spitzname. Äh, Muska. Na? Oder Varus? Ne, das hat ein schlechtes Omen. Regulus. Octavius, Verginius, Regulus. Das sind vier. Gut, als Porträt wählen wir uns was aus. Ich zeige euch mal alle. Das ist komischerweise vorgegeben. Ich wähle mir mal diesen aus, weil ich so einen entsprechenden Charakter spielen will. So ein bisschen ein Messerstecher. Okay, bei den Gesichtern ist das Ganze ein bisschen eingeschränkt. Es wird schwer werden, dieses Gesicht nachzuvollziehen. Er dreht sich vor allem immer um, wenn ich das ändere. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Ah, ja, das ist vielleicht fast noch am ehesten dran. Hautfarbe lassen wir mal. Blass, Frisur. Gehen wir mal auf Lack. Na gut, das Gesicht sieht doch sehr anders aus. Okay, das macht alles keinen so großen Unterschied. Haarfarbe nehme ich mal. Braun. Hellbraun vielleicht, ja. Und Größe gehen wir mal auf Klein. Ich stelle ihn mir Klein vor. So, das ist unser Charakter. Weiter geht's. Jeder dieser drei Vorteile, den wir jetzt aussuchen sollen, schaltet einmalige Dialogoptionen frei, mit denen ihr in verschiedenen Situationen unterschiedliche Leute überzeugen könnt. Denkt darüber nach, was für eine Art von Charakter ihr verkörpern wollt und wählt einen passenden rhetorischen Stil. Im Verlauf der Geschichte werdet ihr vielleicht die Chance erhalten, eine zweite Technik zu erlernen. Das ist sehr interessant, weil das anknüpft so an klassische Theorien und Philosophien. Ethos, Logos oder Pathos können wir wählen. Ich entscheide mich mal für Pathos, die Kunst euren Willen durchzusetzen, indem ihr euren Gegenüber emotional manipuliert oder gute Rhetorik einsetzt. Versteht. So, dann können wir noch einen Schwierigkeitsgrad wählen. Iron Man ist auch möglich. Ich nehme mal von Peus. Ja, also der zweitschwerste Schwierigkeitsgrad. Und dann gibt es hier zwei, also Iron Man wähle ich für diesen Zweck jetzt natürlich nicht. Tod im Kampf. Ja, ermöglicht den endgültigen Tod von Gruppenmitgliedern, wenn sie im Kampf verbluten. Seid gewarnt, wenn ein Storybegleiter oder euer eigener Charakter stirbt, ist das Spiel vorbei. Ja, okay. Also, das führt dann dazu, dass man in so einem Fall ja nochmal einen Reload macht. Oder, beziehungsweise eigentlich ist das nur eine Kombination mit Iron Man interessant. Für unseren Zweck auch nicht nötig. Schalte ich erstmal für auf aus. Okay, das scheint irgendwie ein Bekannter zu sein, Sinneros, der jetzt hier mit uns spielt. Und das ist jetzt schon die Art und Weise, wie in dem Spiel die Dialoge präsentiert werden. Und ich muss sagen, ich finde es sehr gewöhnungsbedürftig. Meine erste kleine Anmerkung dazu. Ich werde im Laufe dieser Videos schon einige Dinge immer auch kommentieren, die mir gefallen oder nicht gefallen. Es hat so ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen so ein Anime-Stil. Also natürlich nicht die Art der Charakterdarstellung, aber wie das hier eingeblendet wird, wie so eine visuelle Novelle, wenn ihr die kennt, finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Aber gut, kann man sich daran gewöhnen. Gut, wie antworten wir? Wir antworten so. Die Schönheit des Meeres raubt mir einfach den Atem. Seht euch nur an, wie blau es ist. Wir sehen übrigens die Figuren dann hier auch in 3D. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht cooler gewesen wäre, wenn man einfach die genommen hätte. Aber gut. Es beruhigt die Seele, nicht wahr? Ich dachte, das Meer wäre in meiner Erinnerung nur so blau, weil ich ein Kind war, als ich es zuletzt sah. Aber meine Erinnerung hat mich nicht getrübt. Ich habe den Triarchus gefragt, wie nahe Lesbos ist, aber er hat mir keine klare Antwort gegeben. Gut, nächste Anmerkung. Sämtliche Dialoge, also zumindest was die NPCs sagen, sind vertont. Das kann man schon mal lobend hervorheben. Eben gab es einen kleinen Bug, da wurde das Englische eingeblendet. Aber im Großen und Ganzen sind mir bisher sehr, sehr, sehr wenig Fehler untergekommen. Unsere Seite wird allerdings nicht vertont. Das übernehme ich. So, wie reagieren wir darauf? Machen wir mal hier. Je schneller ich meine Klinge wieder in Blut tauchen kann, desto besser. Also uns dürstet es nach Rache. So stelle ich mir jetzt unseren Charakter vor. Ihr seid nicht hier, um zu kämpfen. Eure Mutter will, dass ihr in Sicherheit seid. Nicht, dass ihr an der Front kämpft. Fragt ihr noch einmal beim Triarchus nach? Ich hoffe, dass er euch eine klarere Antwort gibt. Er sagte, sein Name wäre Geminus. Okay, hier sehen wir das erste Mal, wo wir mit unserer Ausrichtung nur eine bestimmte Antwort oder eine bestimmte Reaktion hier geben können. Das wird noch häufiger vorkommen. Man muss einfach ein wenig mehr Charme zeigen, ihn dazu bringen, einen zu mögen. Ich sehe mal, ob ich ein paar Informationen aus ihm herausbekomme. Ich gebe zu, dass ihr leichter die Gefühle anderer ansprechen könnt. Ich bin mir sicher, dass er bei euch hilfsbereiter sein wird. Ihr solltet auch Quinctius Aquilinus danken. Ich bin mir sicher, dass nur sein rechtzeitiges Erscheinen in der Villa unsere Leben gerettet hat. Es sind erstaunlich wenige Passagiere auf dieser Galerie. Eure Mutter hat Geminus Reich entlohnt, damit er in Eile und bei Nacht ausläuft. Es sind aber noch zwei andere mit an Bord, die ebenfalls nach Lesbos wollen. Der junge Gaius geht da drüben die ganze Zeit auf und ab und läuft noch Riefen ins Deck. Es war auch ein Gladiator an Bord. Aber ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Okay, wir sind so schnell aufgebrochen. Meine Mutter und meine Schwester. Macht euch keine Sorgen. Die Vitellius-Brüder haben keinen Grund, ihnen etwas zu tun. Außerdem könnt ihr sie auch nicht retten, indem ihr euch Sorgen macht. Konzentriert euch auf die Aufgabe, die vor euch liegt. Danke, dass ihr mit mir gekommen seid, Syneros. Danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Es wird wunderbar sein, mein Heimatland wiederzusehen. Ja, dann schauen wir mal, ob Geminus weiß, wo wir sind. Okay, wir sehen jetzt hier oben schon die aktuellen Quest-Aufgaben. Und es wird auch über Quest-Marker eingeblendet, wo man hinwusst, mit wem man sprechen muss. Das allerdings kann man auch ausblenden. Allerdings gibt es dabei ein Problem, darauf komme ich dann noch zu sprechen, wenn wir auf die Übersichtskarte kommen. Da gibt es tatsächlich Situationen, dass bei ausgeblendetem Quest-Marker man nicht genau weiß, wo man hinlaufen soll. Und das ist auf so einer Kartensituation wiederum schwierig. Deswegen habe ich das für diese Zwecke mal angelassen. Könnt ihr selber mal mit herum experimentieren. Wir sehen außerdem mit diesen drei Punkten über den Charakteren entsprechende Charaktere, mit denen wir noch irgendwas gesondert sprechen können. Ja, ansonsten haben wir eine freie Kameraführung und kommen ungefähr so nah ran, um das hier einmal zu zeigen. Okay. Ihr habt euch schnell an das Leben auf dem Schiff angepasst, Dominé. Ja, dann gibt es noch solche, wie soll ich sagen, automatisch ablaufenden Bemerkungen. Da kann man auch ausschalten, dass diese Sprechblasen nicht angezeigt werden, je nach Geschmack. So, dann sprechen wir mal mit ihm hier. Das scheint Quinctius Aquilinus zu sein. Ihr schlagt euch auf See besser als die meisten. Ich bin erleichtert. Dieses Symbol im Übrigen hier vor den Aussagen zeigt uns, dass das so eine Art alternative Antworten sind, dass wir danach nicht wieder zurückkehren zu diesem Punkt. Also wir können nur das eine oder das andere in diesem Falle sagen. Es war eine glückliche Fügung. Oh, vergessen vorzulesen. Aber ihr müsst mir nicht danken. Der Konsul hat mich gesandt, um euch zu holen. Bitte, nennt mich Cezo, wenn euch das nicht unangenehm ist. Also ihr habt mitbekommen, ich habe ihm gedankt. Wir sollen ihn Cezo nennen, okay? Äh, das ist sein Spitzname. Meine Untergebenen nennen mich Centurio. Meine Befehlshaber Aquilinus. Meine Freunde nennen mich Cezo. Bei allem Respekt. Das würde ich lieber nicht tun. So Leute, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich meine Texte vorlese. Entschuldigt das. Ich hatte ihm angeboten, dass er mich Regulus nennt. Aber das ist wohl zu viel des Guten. So, jetzt, ab jetzt lese ich wieder vor. Können wir den Plan noch einmal durchsprechen? Wir sind so hastig aufgebrochen, dass wir nicht darüber reden konnten. Ha, sie hat euch also darüber aufgeklärt. Eure Mutter hat im Geheimen Abmachung mit dem Konsul getroffen. Ihr sollt dem Kommandostab als Tribunus beitreten. Hm. Was sind die Pflichten eines Tribunus? Ihr werdet nur sehr wenig Verantwortung übernehmen. Die Tribunen einer Legion unterstützen den Legaten und lernen dabei, wie man eine militärische Organisation kommandiert. Ihr werdet weder in den Kampf ziehen, noch wichtige Entscheidungen treffen müssen. Ihr werdet in Sicherheit sein. So wie eure Mutter es wollte. Na, das klingt ja ganz großartig. Wahrscheinlich, wenn es Kaffee geben würde schon, würden wir wahrscheinlich Kaffee kochen oder so. Für den Generalstab. Wenn ich schon der Legion folgen soll, kann ich mich auch nützlich machen. Ich bin mir sicher, dass der Konsul schon einen Nutzen für euch finden wird. Ihr scheint einen vernünftigen Kopf auf den Schultern zu tragen und werdet euch schon schnell zurechtfinden. Ein Ratschlag noch. Ich weiß, dass Lucullus sein Freund eurer Familie ist. Aber vergesst nicht, dass er Konsul ist und gewählt wurde, um alle Bürger Roms zu regieren. Es wäre besser, wenn ihr euch vor seinen Männern nicht zu vertraut mit ihm gebt. Okay. Wie ist eure Beziehung zu Lucullus? Ich war viele Jahre lang der Primus Pilus der Legio Prima Italica, die er kommandiert. Er wollte, dass jemand, dem er vertraut, euch aus Rom holt und beschützt. Werdet ihr eure Position wieder einnehmen, wenn wir Lesbos erreichen? Der Posten ist bereits von einem meiner Centuriones übernommen worden. Ein guter Mann, der dieser Aufgabe mühelos gewachsen ist. Meine Aufgabe ist es nun, auf euch Acht zu geben und euch bei der Eingewöhnung in euer neues Leben zu helfen. Es tut mir leid, dass ihr eure Position dafür aufgeben musstet. Das ist nicht nötig. Ich diene dem Konsul und er hat sich meine Loyalität verdient. Habt ihr mit den anderen Reisenden an Bord gesprochen? Ich habe mich kurz mit dem Gladiator unterhalten, der vor uns an Bord gekommen ist, nur um sicher zu sein, dass er keinen Ärger machen wird. Er scheint allerdings verschwunden zu sein. Der junge Mann da drüben Gaius. Er ist offenbar der Neffe des anderen Konsuls, Markus Aurelius Cotta. Er ist ebenfalls hier, um ein Tribunus zu werden. Ihr solltet mit ihm reden, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Ich bin mir sicher, ihr werdet viel gemeinsam haben. Okay. Dann sollte ich mit dem Triarchus reden, aber das ist nicht, damit meint er jetzt nicht Gaius. Der Triarchus ist der Kapitän des Schiffes, glaube ich. So. Das ist Gaius. Dann sprechen wir erst mal mit dem. Aber der scheint hier ein bisschen... Ich hörte, er flieht vor einem Senator, der ihn tot sehen will. Psst! Seid leise! Salve! Okay. Salve, ich glaube, wir wurden einander noch nicht richtig vorgestellt. Mein Name ist Octavius Virginius Regulus. Es ist mir eine Freude. Ich bin Gaius Julius Cäsar. Aha. Okay. Also, damit ahnen wir, dass wir hier eintauchen in eine entscheidende Zeit. Und zwar in die Zeit der Ende... Also, dass wir in einer Zeit sind. Die Profis wissen das natürlich schon, wenn sie die Konsulnamen gehört haben. Aber wir sind offenbar am Ende der Römischen Republik und treffen hier einen der wichtigsten Protagonisten dieser Zeit. Sehr interessant. Ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. All das hier ist neu für mich. Dürfte ich euch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Aber denkt daran, dass ich auch nicht der erfahrenste Soldat bin. Woher kommt ihr? Ich wurde in Rom geboren. Aber es heißt, meine Familie stammte aus Alba Longa. Und warum habt ihr euch der Legion angeschlossen? Das ist eine lange Geschichte, mein Freund. Sagen wir einfach, die Machthaber mögen mich nicht allzu sehr. Ich habe beschlossen, das in Rom zu bleiben. Wie sagt man das? Ein Gesundheitsrisiko wäre. Okay, damit hat er offenbar eine ähnliche Motivation wie wir. In wie vielen Kriegen habt ihr schon gekämpft? Um ehrlich zu sein, wird dies meine erste richtige Schlacht werden. Ich habe allerdings die Kriegskunst studiert und bin in Strategie und Taktik bewandert. Okay. Dies ist meine erste militärische Kampagne. Habt ihr Empfehlungen für mich? Bist du kein wichtiger Teil des Geschehens, werden deinen wichtigen Teilen schlimme Dinge geschehen. Hat mein Vater immer gesagt. Ich hoffe, damit wollte er mir sagen, dass ich mutig sein soll. Und nicht dumm. Oder dass man auf seine wichtigen Dinge aufpassen sollte. Okay. Wale, Gaius. Wir sprechen später weiter. Gut. Dann jetzt zu dem Triarchus. Der hier vorne irgendwie... Wo was sucht er? Ach, so ist er schon den ganzen Morgen. Okay, der scheint irgendwie nervös zu sein. Mal schauen, was wir da erreichen können. Okay. Hm. Salve. Geminus war der Name, richtig? Was? Ja, Geminus. Salve. Ich bin etwas beschäftigt. Gut, dann setzen wir mal unseren Pathos ein. Das ist eine sehr schöne Galerie, die ihr da habt. Es wird mir fast leid tun, bei unserer Ankunft von Lesbos von Bord gehen zu müssen. Ist unser Ziel schon in Sicht? Oh, danke. Ich arbeite hart, um sie gut in Schuss zu halten. Wir sollten kurz nach Mittag unser Ziel erreichen. Also genießt bitte den Rest der Reise. Wartet. Ja, und seht ihr endlich Lesbos am Horizont? Das Schilftart. Die halten direkt auf uns zu. Sie werden uns rammen. Holt die Waffen eures Vaters. Sehen wir, ob ihr wirklich kämpfen könnt. Gaius! Geht es euch gut? Es geht mir gut, Centurio. Formation bilden. Treiben wir diese Piraten vom Schiff. Okay, und damit kommen wir zu einem der wichtigsten Bestandteile dieses Spiels, nämlich der rundenbasierte Kampf, der natürlich nach ganz bestimmten Regeln abläuft, die man so kennt, wenn man XCOM-ähnliche Spiele, so nenne ich das jetzt mal, schon gespielt hat. Ich will das hier nur grob skizzieren. Wichtig ist, man hat quasi Bewegungspunkte, Aktionspunkte, mit denen man sich hier bewegen kann, in Hexfeldform über die Karte. Und dann gibt es Aktionen, die man durchführen kann. Das sieht man hier, welche Aktionen möglich sind. Das hängt von der Klasse und von der Bewaffnung ab. Das ist noch ein interessantes System, was dahinter steht. Das kommen wir später mehr, wenn wir uns das Inventar anschauen. Aber jetzt kämpfen wir erstmal. In der ersten Phase geht es nur darum, dass wir uns richtig positionieren. Und jetzt muss ich das mal machen. Ich würde mal sagen, wir stellen ihn mal dorthin, ihn uns selber dorthin. Da ist der Fernkämpfer, das ist Cäsar persönlich. Der kämpft hier mit dem Bogen. Okay, damit starten wir diesen Kampf. Unsere Gegner sehen wir hier, das sind im Moment 5. An der Zahl hier hinten noch weitere 3. Man kann übrigens hier auch noch so eine grafische Ansicht machen, dass man Umrahmungen bekommt. Dann sieht man wichtige Objekte und auch, ob es Gegner oder Freunde sind, wenn es grün oder rot ist, hier hinten kämpft noch Geminus auf unserer Seite. Und dort hinten kämpft wer? Ein Hastatus. Gut, starten wir das Ganze mit unserem Zug. So, das Schöne und das Wichtige ist, dass man wissen muss, dass man sämtliche Dinge, die man tun kann, in beliebiger Reihenfolge nutzen kann. Das heißt, man kann mit irgendeinem Charakter vorlaufen, dann einen anderen wählen, dann eine Aktion machen, dann wieder zurückgehen auf den Charakter, seine eigene Aktion machen, dann wieder sich bewegen. Also es ist komplett frei kombinierbar. Es ist also nicht so, dass einzelne Charaktere hintereinander dran sind, sondern die gesamte Gruppe kann beliebige Aktionen wild kombiniert machen. Joa, und was machen wir für Aktionen? Also wir haben hier drei Kämpfe in der Nähe. Er hier, er hat eine besondere Eigenschaft. Also er ist so ein Helfer, so ein Unterstützer, kann aber auch selber gut zuschlagen. Der Synerus, es gibt hier natürlich noch relevante Werte, wie Moral, Widerstandswerte gegen bestimmte Formen von Schaden. Also alles, was so ein etwas komplexeres Rollenspiel ausmacht. Aber auch das will ich jetzt nicht im Einzelnen erläutern. Wir werden Folgendes machen. Wir werden Logistik anwenden. Damit braucht er allerdings auch seine Aktion auf. Betrifft mehrere Ziele, wirkt koordiniert auf Verbündete. Koordiniert wiederum bringt plus zwei maximale Bewegungsreichweite. Wobei, ich bin mir gar nicht so sicher, ob uns das auf diesem begrenzten Schlachtfeld überhaupt nützt oder ob es nicht besser ist, seinen Schlag zu nutzen. Ich glaube, ich mache es doch nicht. Ha, umentschieden. So, mit ihm wehren wir den gezielten Schuss. Bringt vier bis sieben durchbohrenden Schaden. Wird grundsätzlich durch Schilde abgewehrt. Aber Gott sei Dank hat niemand von unseren Gegnern hier Schilde. Und wenn er trifft, dann ist das gepiesackt als Status. Das heißt, minus 25% Schaden macht der Gegner, wenn er selbst angreift. Und minus 10 auf Resistenz. Er hätte auch noch verkrüppelnden Schuss, reduziert die Bewegung, brauchen wir jetzt aber auch nicht. Ihr seht es, es gibt in einem, in der Nahreichweite oder in einer bestimmten Reichweite der Fernkampfwaffe hat man in der Regel 100%. Ab einer bestimmten Reichweite sinkt das dann. Hier haben wir immer noch 100%. Da auch. Hm. Ganz schön weit in diesem Falle. Normalerweise reduziert sich das. Aber vielleicht ist Gaius, Julius, Cesar ein besonders talentierter Fernkämpfer. Also, wir feuern. 4 bis 7. Mal gucken, was wir erreichen. 5. Okay. Dann können wir den vermutlich schon erledigen. Das heißt, ich würde sagen, wir machen mal folgendes. Wir gehen mit unserem Charakter vor. Wir werden einen Heap machen. 2 bis 5 Heap Schaden. Das müsste klappen. Wenn nicht, wäre es ziemlich Pech. Jawohl. So, sogar einen kritischen Treffer gemacht. Der ist jetzt erledigt. Und jetzt habt ihr eine Sache gesehen. Wir haben einen Aktionspunkt wieder zurückbekommen. Beziehungsweise einen Fertigkeitspunkt. Das kommt deshalb, weil dieser Typ war untrainiert. Und untrainierte, also Milizionäre war das. Und wenn man die erledigt, dann kriegt man eben diesen Fertigkeitspunkt zurück. Das ist ein großer Vorteil. Okay, wir machen aber jetzt noch was anderes. Wir gehen jetzt mit Cäsar nach vorne. Das ist so eine schwere Klasse mit Schild. Schild wehrt grundsätzlich erstmal den ersten Angriff des Gegners ab. Ich würde sagen, wir bewegen uns hier. Wir könnten jetzt einen Schild Stoß machen, den Zurückschubsen, Wuchtschaden machen oder einen normalen Hieb. Der Hieb ist ganz gut, weil er trifft einen benachbarten links zumindest benachbarten noch mit einem halben Schaden. Diese Situation haben wir jetzt also aber nicht. Deswegen machen wir mal hier. Haben wir schön fünf Schaden gemacht und ich würde sagen, dann bringen wir noch Sinoros nach vorne. Der kann einen Erschütterungsschlag oder über Reichweite angreifen. Ich werde mal diesen Reichweitenangriff machen, einfach deshalb, weil ich den vermutlich damit erledigen werde und dann vielleicht noch den nächsten Charakter angreifen kann. wir werden sehen und das will ich dann mit dem Erschütterungsschlag machen. Also vier bis sieben, das müsste jetzt sicher perfekt erledigt. Das heißt, die Aktion ist wiederhergestellt. Das heißt wiederum, ich kann weiterlaufen und werde jetzt noch einen Angriff machen. Allerdings, also ich habe zwar den Fertigkeitspunkt zurück erhalten, kann aber die Fertigkeit, die ich schon eingesetzt habe, nicht nochmal einsetzen. Ich könnte natürlich jetzt Logistik machen, dass alle Bewegungsreichweite haben, aber ich mache lieber einen Schlag und schlage hierzu vier bis sieben. Ihr seid ja tödlich mit dem Ding. Ich habe vor diesem Leben schon andere geführt. Genau. Okay. So, der hat jetzt noch drei Punkte. Wir können ja auch noch was machen. Wir laufen nach vorne. Leider haben wir keine zweite Waffe in der Hand. Deswegen können wir jetzt nur einen waffenlosen Schlag machen. Mit ein bisschen Glück schaffen wir die drei Punkte, aber trotzdem nein. Er behält einen Lebenspunkt übrig. Leider, leider. So, wir können trotzdem unsere anderen jetzt noch bewegen. zumindest ein bisschen. Dann sind wir nächstes Mal näher dran. Ich würde sagen, wir bewegen ihn hier hin. Falls der dann jetzt hier nebenher durchläuft, hätten wir eine Möglichkeit für einen Schlag, weil er Kontrollzone betritt. Wir gehen hier mit dem Fernkämpfer ein bisschen nach vorne. Ich denke, das kann man machen und damit sind wir durch. So, jetzt sind unsere Verbündeten erstmal dran. Okay, das war vielleicht nicht gut. Doch, er käme durch. daran lachs nicht. Okay, die gehen auf Geminus, die gehen auf den Verbündeten und erledigen ihn. War auch nur ein ungelernter Militionär, glaube ich. Das war ein heftiger Schaden. Oder? Das war ein heftiger Schaden, aber der hat ziemlich viel Lebenspunkte. Wo ist dieser Gladiator, der mit uns an Bord ging? Da oben. Und da schätzt niemals den Wert eines eindrucksvollen Auftritts. Okay, wir lernen Bestia kennen, der sich quasi jetzt auch unserer Gruppe direkt anschließt. Der hat offenbar auch einen Speer, kann gezielten Stich machen, durchbohrend und bekommt einen Fokus. Das ist eine Besonderheit seiner Charakterklasse. Mit diesem Fokus, wenn er genug aufgebaut hat, kann er noch spezielle Aktionen machen. Okay, wie fahren wir jetzt fort? Er ist schon ziemlich angeschlagen, aber zuerst sollte unser Fernkämpfer agieren. Ah, 1 bis 8. Den kriegen wir irgendwie so nebenbei doch weg, oder? Ah, ist schwer nebenbei. Wir stehen jetzt leider ein bisschen ungünstig, ehrlich gesagt. Wir könnten mit dem waffenlosen Schlag den erledigen. Das ist, glaube ich, das Beste. Dadurch kriegen wir unsere Aktion wiederhergestellt, genau. Das heißt, er kann nochmal anders angreifen. Er hat 8. Wir können uns jetzt hier nicht herausbewegen, weil dann kriegen wir einen gegnerischen Schlag. Das wäre ungünstig. Das gleiche betrifft auf ihn zu. Also hier ist schon mal relativ klar, dass wir hier einen Angriff machen. 4 Schaden. Ja, mehr können wir leider mit ihm nicht machen. Okay. jetzt ist die Frage, also wie treffen wir den dort? Das wäre ganz gut. Dann können wir uns hier hinstellen, dann können wir da durchschießen. Oder von dort aus können wir ihn auch erreichen. Ja, ist doch perfekt. Dann gehen wir da hin, feuern, unterbrechen. Ah ja, das ist so eine, da kann man sozusagen, wenn sich der Gegner bewegt, schießen. Das ist so eine spezielle Eigenschaft. Wir nutzen aber den gezielten Schuss, 100%, 4 bis 7. 7 Schaden, fantastisch. Okay, das heißt, wir können jetzt auch hier wieder 2 Treffer landen. und 2. werde ich vielleicht sogar mit ihm landen. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Spielraum. Okay, jetzt hätte er eine Aktion wiederhergestellt, hat aber keine Fertigkeit mehr. So, hier haben wir noch 8 Punkte. Ja, kurz haben wir überlegen, er kann zweimal, dann machen wir das folgendermaßen, wir werden mit ihm Heap machen und dann gucken wir mal, ob wir hier mit dem Erschütterungsschlag zurecht kommen. Ja, den haben wir erledigt, damit haben wir eine Aktion wiederhergestellt und müssen eigentlich von hier aus den anderen Typen noch erledigen können. Jawohl, unsere Aktion ist wieder wiederhergestellt worden, jetzt können wir die Logistik anwenden, weil ansonsten haben wir keine andere Aktion mehr. Alle sind koordiniert, bekommen noch mal zusätzliche Bewegungspunkte. So, und weil er ein bisschen angeschlagen ist, würde ich sagen, bewegen wir ihn mal etwas zurück. Ihn würde ich gerne vorwärts bewegen, sodass die sich da nicht ausbewegen können. Er hat das Schild, machen kann nichts nichts mehr. Und hier können wir mal, na, da kommen wir nicht gut hin, hier könnten wir den Fernkämpfer vielleicht von hinten mal bedrohen. Bin mir noch sicher, ob er ein Problem hat, oder ob er freischießen kann, das weiß ich nicht genau. So, und hier gehe ich auch hin, vielleicht um eine Flankierung zu erzeugen. Okay, das scheint mir erst mal eine ganz vernünftige Positionierung zu sein. Unser Fernkämpfer marschiert ein bisschen nach vorne und damit können wir das abschließen. Wir sitzen Aktionspunkt, ist mir aber egal. Er geht auch ran an den Gegner, sehr schön, macht viel Schaden. Jetzt haben wir gesehen, er musste sich wegbewegen, das war ganz interessant. Ich lege mich einfach hin und ruhe meine Augen aus. Okay, was ist hier gerade passiert? Das ist natürlich jetzt richtig doof gelaufen. Also, folgendes, Syndeross hat es jetzt erstmal erwischt. Das ist aber nicht so schlimm, das kann man einkalkulieren. Also normalerweise in dem anderen Schwierigkeitsgrad würde er jetzt glaube ich bluten. Und dann müsste man ihm Bandagen anlegen, die man später noch bekommen kann. In dieser Einstellung steht er einfach am Ende des Kampfes wieder auf. Das heißt, das kann man mit einkalkulieren. Der Typ ist eigentlich unser Verbündeter. Allerdings hat einen Effekt, nämlich der ist panisch geworden. Und das finde ich eine echt dämliche Sache. Ich meine, wenn man panisch wird, ist es nachvollziehbar. Dann macht er nichts, läuft panisch durch die Gegend rum. Aber bei panisch greift er einen zufälligen Verbündeten an. Das finde ich super nervig. Also das halte ich auch für keine panische Reaktion. Na Das werden wir jetzt tun. Wir können der hat noch sieben. Machen wir das mal so. Sehr schön. Vier Schaden. Dann müsstest du das hier locker hin bekommen. Mit zwei können wir auch mal den Schildstoß machen. Der ist Nein! Ich Depp. Okay, das war jetzt doof. Das heißt, der ist dadurch nicht erledigt worden. Gott, okay, blöd. Jetzt haben wir sonst hätten wir da eine neue Aktion bekommen. Okay, das war ein echter Fehler, den wir jetzt auch nicht so leicht ausmerzen können. Er hat noch acht. hat auch noch acht. Ja, gut, gehen wir zu den Bogenschützen ran. Machen Machen wir uns mal diese Fertigkeit. Da können wir nämlich zwei gleichzeitig durchführen. Gibt uns aber einen Fokus mehr. Darum will ich es jetzt machen und der Fokus ermöglicht uns einen kostenlosen schnellen Klingerangriff. Aber auch da haben wir Pech gehabt, haben nicht drei Schaden gemacht. Joa, okay, insofern alles erledigt. Der hilft uns jetzt. Nur einer ist übrig. Das war einfach. Okay, jetzt haben wir den letzten vor uns. Das war eine Tat jetzt relativ einfach. Oder wird einfach sein. Wir machen noch einen Fernkampf Angriff. Ein Schaden, das übernehmen wir persönlich, würde ich sagen. Stechen zu. Und damit haben wir diesen Kampf gewonnen. So, alle gelten als unverletzt. Zurück mit der Triarchus hat uns direkt in einen Piraten Hinterhalt geführt, Prieme. Erlaubt mir ihn hier und jetzt direkt hin zu richten. Dieser Verräter muss mit ihnen zusammen arbeiten. Gut, das ist jetzt die erste Entscheidung, die wir treffen müssen. Ist das jetzt eine geplante Sache gewesen des Kapitäns hier, des Triarchus? Wir sagen mal nein, wir sind auf dem Weg, uns einem Krieg gegen Piraten anzuschließen. Es ist keine große Überraschung auf diesem Weg von Piraten angegriffen zu werden. Seid nicht so naiv. Das war kein zufälliger Angriff. Die waren auf unser Blut aus. ist ungewöhnlich für Piraten ein Schiff anzugreifen. Ganz zu schweigen von einer schwer bewaffneten römischen Galere. Sie greifen lieber schwach verteidigte Küstenstädte an. Das ist weniger gefährlich und profitabler. Gut, reden wir mit dem Mann. Okay, also unsere Leute glauben nicht so richtig daran, dass das jetzt Zufall war. Wir gucken mal. In diesem Falle können wir auch nichts plündern. Okay, gut, ja, dann gibt es nur diese Optionen. Wir bewegen uns jetzt schon als Gruppe voran. Sprechen wir mit G- Ihr habt uns in eine Falle gelenkt. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Ich hatte nichts damit zu tun, das schwöre ich. Sie sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Schweigt, ihr redet Unsinn. Bei Mars, wir sind auf See. Wie soll da jemand aus dem Nichts auftauchen? Wir können den Mann nicht einfach ohne Beweise hinrichten. Außerdem werden wir unseren Triarchus noch brauchen, um sicher die Küste zu erreichen. Was sagt ihr? Was sollen wir tun? Warum fragt ihr mich? Ihr seid der Primus. Solche Entscheidungen liegen in eurer Hand? Warum wollt ihr ihn tot sehen, Gladiator? Gaius, wenn Piraten eigentlich keine Schiffe angreifen, wie ihr sagtet, warum könnten diese hier eine Ausnahme machen? Wir sind wichtige Leute und auf dem Weg uns dem Einsatz gegen Lesbos anzuschließen. Ist es so unglaubwürdig, dass die Rebellen von uns gehört haben könnten? Das Königreich von Pontus ist dafür bekannt, Piraten zu unterstützen, die Rom Nadelstich für Nadelstich schwächen. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, den Triarchus der Zusammenarbeit mit ihnen zu verdächtigen. So, die erste Entscheidung also. Ich würde mal entsprechend unseres Charakterbildes hier entscheiden. Wir sind ein fieser, kleiner, hinterhältiger, grausamer Typ. Er muss hingerichtet werden. Ich bin hier um zu sieben, nicht um zu versagen. Ruderer, verschärft das Tempo und halte die Augen offen. Jo. Damit haben wir den ersten kleinen Teil unserer langen Reise absolviert und jetzt ist es erst nötig, dass wir eine Klasse wählen. Was gibt es? Prinzeps, das sind die schweren Infanteristen, schwerest und feste Turmschilde. Der Prinzeps ist die gradlinigste spielbare Klasse und der Klasse Verteidiger, Brecher, Veteran. Dann gibt es die Veles, die Geschwindigkeit und Unvorhersehbarkeit der leichten Infanterie erlaubt es ihr Chaos in den feindlichen Hain zu verbreiten. Attentäter, Duellanten oder Schläger. Dann gibt es die Sagittarius, die Distanzkämpfer mit den Scharfschützen, Jägern oder Heckenschützen und die Triarius, die dritte Linie, das sind so ein bisschen die Unterstützer, Feldteiler, Signiferi oder Zerstörer. Ich werde hier ein Veles spielen, leichte Infanterie. Das sind dann, das ist Ausrüstung, die wir jetzt glaube ich bekommen. Beste Rüstungsart, mittelschwer, Klassenwaffe durch, kann als Paar eingesetzt werden. Schild verleiht einen weiteren Balken von Lebenspunkten, genau, das ist noch ein Sonderpunkt, Bogen, ist klar, Lanze und Stab, zweihändige Waffen, zerfetzen Rüstung. Das sind noch die Specials. Ja, wir werden also den Zwei- Waffen-Kampf hier pflegen. So, ah, wir müssen noch eine Anfangsfertigkeit auswählen, gucken wir mal. Attentäter, eine zusätzliche Wertigkeit, braucht zwei Fokus, 100% kritische Trefferchance beim nächsten Angriff, cool, schnelle Klinge, braucht drei Fokus, wenn man den drei Fokus hat, braucht man keinen Aktionspunkt dafür oder taktisches Vorrücken, der Charakter zieht keine Gelegenheitsangriffe auf sich, braucht zwei Fokus, auch ganz cool, wir nehmen aber fieser Treffer. So, und damit können wir das Ganze jetzt bestätigen. Und damit beginnt auch der erste Akt in Asia Minor. Und dass wir uns im ersten Jahrhundert vor Christus befinden, das haben wir schon geahnt. Jetzt im Lucullus-Legionslager. Geehrte Gäste, willkommen auf Lesbos, der Perle des Mittelmeeres. Hm. Ein hässliches Piratennest. Eine uneinnehmbare Festung von Piraten wohl eher. Und dank der Stärke ihrer Flotte mit uneingeschränktem Nachschub an Essen versehen. Dann sollten wir einen Weg finden, diesen Nachschub einzuschränken. Ihr denkt wie ein Imperator, Gaius. Nun gut, Leute. Das hier ist Lucullus-Kriegslager. Das Herz aller Einsätze in dieser Region. Ihr seid lange auf See gewesen. Ich schlage vor, ihr vertreten euch etwas die Beine, um euch ans feste Land zu gewöhnen. Schaut euch um und trefft ein paar Leute. Der Konsul wartet im Kommandozelt. Verspätet euch nicht, wenn ihr ihn nicht verärgern wollt. Okay, damit sind wir hier angekommen und der nächste Auftrag lautet also, oder der nächste Schritt dann uns Lucullus vorzustellen, der offensichtlich hier unser Retter gewesen ist. Aber vorher schauen wir uns wie empfohlen hier noch ein bisschen um. Das machen wir allerdings dann erst in der nächsten Folge. Schaut gerne in den Programmkalender, wann die nächste Folge erscheint. Im Prinzip aber einfach immer täglich jetzt. Wie gesagt, etwa so vier bis sechs Folgen lang wird dieses angespielt dauern. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall. geht dann. Vielen Dank.